Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kampf ist nicht notwendig. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Dann wird es für mich ein einfacher Kampf. Verschwinde, sonst verfüttere ich deinen Kopf an die Wölfe. Ich bin Ingrid. Du kanntest meinen Namen noch nicht. Ich bin Rolf. Es ist nicht alles verloren. Lass den Kampf beginnen!